VW's LKW-Tochter Tratton soll an die Börse. Die Investoren waren enttäuscht, als VW seine LKW-Tochter Tratton nicht wie angekündigt aufs Paket brachte. Nun steuert der Autokonzern um. Noch vor der Sommerpause könnte Tratton an die Börse gehen. Der Volkswagen-Konzern will die LKW-Sparte Tratton noch vor der Sommerpause in diesem Jahr an die Börse bringen. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Börsengang grundsätzlich durchzuführen und vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarktentwicklung vor der Sommerpause 2019 anzustreben, teilte das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung in Berlin mit. Volkswagen hatte die Pläne erst vor rund zwei Monaten auf Eis gelegt, weil die Bedingungen an den Märkten nicht stimmten.